Aber soll ich wirklich glauben, dass Henoch, ausgerechnet dieser gerechte Mann, diesen Schwachsinn geschrieben hat, ein Buch Henoch? Soll ich wirklich glauben, dass der das geschrieben hat, Riesen, die 137 Meter groß waren? Viel Spaß bei der Geburt, wünsche ich ihm nachhinein. Das ist Schwachsinn, das ist dumm. Und ich will dich an der Stelle vor den Apokryphen warnen. Die Apokryphen sind hirnverbrannter Schwachsinn. Die Apokryphen sind voll von dummem Zeug, wie Riesen, die 137 Meter groß waren. Und vieles davon sind ganz einfach jüdische Legenden. Und wenn du gesund sein willst im Glauben, dann musst du dich von den Apokryphen fernhalten, mein Freund. Die Bibel sagt in Johannes Kapitel 10, Vers 4-5 Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Also genauso wie ein Schaf eben dem Hirten folgt, folgen wir als wiedergeborene Christen Jesus Christus, unserem Hirten, dem Oberhirten. Und wir hören sein Wort, wir verstehen sein Wort, wir reagieren auf seine Stimme. Wir würden nicht einem Fremden folgen, das heißt einem Irrlehrer. Wir würden nicht darauf hereinfallen. Und in Vers 27 heißt es dann, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Woran erkenne ich einen tatsächlich wiedergeborenen Christen? Das ist eine Frage, die sich viele stellen. Woran kann ich erkennen, dass jemand wirklich gerettet ist? Nun, ganz einfach daran, dass er das richtige Evangelium glaubt natürlich. Aber hier ist ein weiterer Hinweis, dass jemand wirklich gerettet ist. Er versteht die Bibel. Wenn jemand nicht die Bibel versteht, nicht Gottes Worte hört, sondern irgendwelchen Irrlehrern folgt, irgendwelchen verderblichen Irrlehrern, mir geht es nicht um einfach falsche Lehren allgemein, sondern um ein falsches Evangelium. Wenn jemand so Irrlehrern folgt, verderblichen Irrlehrern, dann ist er nicht gerettet. Er achtet auf die Stimme der Fremden. Aber die Bibel sagt, einem Fremden aber folgen sie nicht nach. Wahre Christen folgen einem Fremden nicht nach. Sie hören nicht auf die Stimme der Fremden, sondern sie fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Und ganz ehrlich, wenn jemand auf die Apokryphen hört, den Apokryphen nachläuft, dann ist derjenige ganz einfach kein Christ, weil er nicht die Stimme des Hirten hört. Er kann nicht unterscheiden zwischen der Stimme des Hirten und zwischen der Stimme des falschen Propheten.